Und da sind wir bei einer weiteren Sea-Fan-Mission, Burning Bedlam. In dieser Mission müssen wir vom berühmten Adolfo seinen Bruder finden und zu ihm zurückbringen. Wahrscheinlich seine Leiche. Das verschlägt uns in das alte Viertel. Das wird also eine Grusel-Mission. So, Burning Bedlam. So, erstmal auf normal. Adolfo wants to find his brother Arafim. Genau, wir sollen seinen Bruder finden. In einem Old Quarter. In einem Asyl von... Ein Hamariten-Asyl. Okay. Also erstmal muss ich einen Weg hineinfinden durch die Minen. Also durch irgendwelche Kanäle müssen wir. Und Adolfo mentored a drain that would make a perfect getaway after I fight a rifle. Okay. Das ist auf normal jetzt. Aber kein Loot. Mal gucken. Auf hard wird das ein bisschen schwerer. Da müssen wir nämlich noch zusätzlich... Mines likes his always have a stockpile of supplies. Find it and get inside. Hm. Ah, verstehe. Die Wege verändern sich je nach Schwierigkeitsgrad. Und auf Experte? Gar nichts. Also ich merke schon, auf normal ist es leichter wahrscheinlich bis zum Asyl zu kommen. Und auf Experte wird es umso schwieriger ins Asyl zu gelangen. Ich denke mal, da werden sich die Wege ändern. Schade, dass ich jetzt nur eine Version spiele und das ist die Experten-Version. Sonst wäre es mal interessant zu sehen, was mich auf normal erwarten würde. So, okay. Wir steigen hinab. Und gehen wieder in das gute alte Viertel zurück. Waren wir lange nicht mehr. Da ist eine Art Weg. Da ist ein Gitter. Was aber auch zu ist mit Steinen. Und da ist auch ein Weg. Ich gucke mal, was hier im Wasser ist. Das war mal eine Brücke. Oh. Und den ersten Loot gefunden. Sehr gut. Der Knochenkopf sagt mir nichts Gutes aus. Auf jeden Fall war hier jemand mal. Und hat sich seinen Weg gebahnt. So, wir gehen mal hier rüber. Schauen wir uns erstmal hier um. Haben wir eine Karte? Wir haben sogar eine Karte. Wahnsinn. Alter Schwede. Old Quarter Mines plus Silvers. Also die Minen und den Untergrund. Also quasi die Kanäle. Das ist das Asyl. Wow. 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 Okay. Es wird ein ziemlich großes Abenteuer. Was? Ich hab nicht. Ich habe keine Zielger Заhaften. Ich habe nicht. Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. we wait and wait and don't say door open if confess confess or go back to asylum we dig to wall and get out okay dafür wird es hier keine leiche aber hier war jemand hier war jemand alles was hier stirbt wird sowieso irgendwann ein zombie man das heißt wir werden definitiv auf untote stoßen da bin ich schon fest darauf vorbereitet was das loot leer ja gut für den anfang schon mal ein bisschen gut gefunden der ist aber zweitrangig es ist nicht wichtig gut zu sammeln das finde ich gut wir haben ja klare ziele point away into the armory also eine waffenkammer den adolfo müssen wir finden ins von den minen aus ins asyl landen und wir müssen den körper zurückbringen die frage ist wie machen wir das müssen wir den bisher her schleppen und adolfo war doch selbst ein grabräuber meister das haben wir doch in den katakomben gelernt so ein bisschen gemütlich machen so das sind die minen und ich hör den ersten zombie rumschlavenzeln was haben wir denn an sachen wir haben ein schwert einen prügel ein paar breitkopf pfeile zwei wasser pfeile nur und einen einzigen rope arrow als ausrüstung haben wir noch eine blitzbombe note to garrett vom adolfo wahrscheinlich oh warte mal in waiting long enough it's time to repay your debt oh wir haben schulden consider this a reward keeping my tongue tight and the hammer rights can asking about you not to mentor that 3000 gold the delict asylum by it by the hammers it is there where you will treat my brother where are his cops also der wahrscheinlich der ist wahrscheinlich auch auf der suche nach schätzen gewesen und ist dort dann gestorben beziehungsweise woher weiß eigentlich dass er tot ist warte mal hier steht was i am to help me carry to cover my brother's body from the asylum bring it to me and i will have no more favors to ask of you also wenn wir damit sind unsere schulden beglichen wenn wir den körper zurückbringen ok was haben wir noch die triche und lud mehr haben wir nicht also wir sind sehr mager ausgerüstet was ist das hier amory ok bestimmt brauchen wir ein schlüssel war das war zu einfach ein schlüssel oder einen anderen weg bis jetzt ist es ziemlich linear haben wir überhaupt eine art karte das genau beschreibt ich sehe kein amory doch hier warte mal ah das heißt wir sind hier genau mein main main entrance also sind wir hier quasi gestartet und der amory ist ein einzelner raum das heißt es muss ein schlüssel geben aber man sieht hier ist wieder alles nicht sehr deutlich wir wissen nämlich nicht wo die abzweige hingehen das heißt wir müssen uns hier schön gründlich umsehen und das ist natürlich wieder einer dieser contest missionen die vielversprechend werden könnten bis jetzt ist es ziemlich gut gemacht das ist wohl seit jahren außer betrieb wach gerwitz stummert mich gerade ein bisschen erschreckt mark sie schattest down wie broke through the wall under the bridge and that the old bitch from the asylum who's the captain of watching to close the mind mal now it is now it is stuck the captain kept the only key to the power station ok also wir brauchen ein schlüssel i get a new key from the smoothie in the case i can't pull this off Also um hier weiterzukommen Brauchen wir einen Schlüssel Ich sehe gar kein Schlüsselloch Wo wir das reinstecken können Hey Voltage Ach hier, da muss man es reinstecken Und dafür brauchen wir wahrscheinlich dann auch einen Schlüssel Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auf normal das nicht so ist Dass man wahrscheinlich hier leichter weiterkommt Okay, es sind nur Zombies Zombies sind jetzt nicht das Problem So, diese Tür ist auch zu hier Da sehe ich aber kein Schlüsselloch Oh, guck mal, da hinten ist der Zombie da langläuft Ist ja cool gemacht Wer ist das? Okay, das ist gut Das ist wirklich gut Jetzt ist die Tür offen Ja Das ist eine gute Mission Das wird einer dieser Missionen werden Jetzt ist die Tür auf einmal offen Also ich musste das hier triggern quasi Dass das passiert Mal ein bisschen Gold Der Loot bringt mir absolut gar nichts Wenn er nicht nötig ist Das ist wirklich nur so Beiwerk Von mir geht es nicht nötig ist Das heißt, da kann ich meinen Schlüssel kriegen Der Körper sieht sehr un... Also ich glaube, dir hat sich das Knick gebrochen beim Runtersteigen Ich habe das Gefühl, dass dieser Körper nicht so bleibt Weil wir haben den Geist gesehen Wir haben den Geist gesehen Oh, das Blut konnte man von einer Seite gar nicht sehen Hier, das Blut kann ich gar nicht sehen So, bleibt bitte liegen Alter Ist auch ein bisschen dunkel Ich werde das natürlich ein bisschen heller machen, die Mission Dass ihr hier genug seht Oh Ein Lärmpfeil Ein Lärmpfeil wurde mir letztens mal zum Verhängnis Bei einem ganz anderen Abenteuer Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig Was das am Lärmpfeil angeht So, hier ist wieder so ein Rastplatz Da geht es wieder runter Alter, das ist so duster Okay, das wäre der reguläre Weg gewesen Wir müssen ganz nach oben Gehe ich mal stark davon aus Ist das der Key? Powerstation Key Oh, wir müssen doch keinen selbst schmieden Also das war hier der Schmied Das war der Schmied Und Er scheint Ist der auch gestorben Wie alle anderen einfach nur Und es nicht fliehen können Körper ist noch da Alles gut Weil wenn Ich dachte ich triggere jetzt was Oh Gott Oh Gott So Bis jetzt passiert ja noch nichts Ja Warum war die Tür wieder zu? Okay Okay Ich bin leicht Leicht angespannt bin ich Ja Es sind bis jetzt nur Zombies Gegen Zombies habe ich keine Probleme Der große ist das große Problem Beginnt bei den Gegnern Die ich nicht einschätzen kann So Dann wollen wir mal Loslegen Oh nein Zwei Wege Ich nehme mal diesen Weg hier Ich bin mal neugierig Wo mich das hier hinführt Explosionsfass Okay Okay Das Problem ist Wir haben keine Moospfeile Wir müssen also Ein bisschen schleichen Wir sind nur Untote Die kennen wir schon Ah hier ist noch mehr Gold Da geht wieder zurück Das waren mal die Minenarbeiter Jetzt sind sie Tote Und die sind noch nicht mal im Asylum 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 Ähm Ja Oh nein Da kommt wieder zurück Oh die Tür ist Das Ding ist zu Okay Wir gucken es mal Wir haben was eingesammelt Was haben wir eingesammelt Ein Heiltrank Vielversprechend Vielversprechend Was ist das hier Achter März Between the damned city Watch balking at us Constantly And skew-dropping The damned armory key Down the hatch Is this shaping up To be one of hell Of a day I will just keep to myself Until I can't find work Elsewhere I could help out At the blacksmith Again But Something about That building Gives me The shivers I swore Once For Now I just need to make A new armory key Will be damned If I swim Through the sea Was to fetch The other one Okay es geht wirklich Ich nur ein schlüssel So der waffenkammer Der muss hier irgendwo sein Warte mal Halt ich kann auch Ich kann auch die Ich kann auch die Leiter benutzen Die Leiter Was ist das Noch eine Note Note von Skriff Angus Nur using Trainings The panels Power is drained The only way To open the hatch Now is To swim Through the sea Was to turn The wall From underneath Also irgendwo Gibt es ein rohr Wahrscheinlich Wo man in die Abwässer kommt Und der beste Weg wäre ja Eigentlich direkt hier Sneak to the asylum Again to get To the turn It's too risky And now I dropped The key To the armory Down But it's better Just to wait Until the power Is restored That lady From the asylum Gives me This shield's best Not to let Here catch me Unless maybe What wants to go And after Also das Ding Funktioniert nicht Hier Hier ist der Schlüssel Für die Armory Bloß Wir kommen da Nicht lang Weil die Stromversorgung Hier in diesem Abschnitt Kaputt ist Bedeutet Wir müssen Einen anderen Weg finden Um in die Abwässer zu kommen Und Dann können Wir Uns so allmähig Auf den Weg Machen Also ist Wahrscheinlich Der Oh Gott Start und Modus Ist der Armory Key Auf dem Weg Wenn wir uns In asylum Wollen Gut dass der Mich nicht so Gut hört Gut Dass der Mich nicht so Gut hört Okay Okay Alles Gute Alles Gute Alles Gute Müssen uns Bisschen schneller Bewegen So Hier ist der Nächster Zombie Oh Gott Er kommt Hier geht Wieder Wird Mit Absicht Mit Vor allem Dass wir Uns Wir bewegen Uns In die Richtung Altes Viertel Der ist Schon wieder Hier Na was Soll's Hey Ich bin Wir hier Ich bin einmal In den kreis Gelaufen Kann man da Oh da kann man Tauchen Okay Dann los Das sind die Kanäle Okay Also er geht In das Alte Viertel Was er kennt Und weiß Was da Einer Erwartet Oh Gott Ja mach doch noch mehr Krach Gerrit Ja mach die Tür Auch noch auf Gerrit Ich gehe wieder runter So Mal Speichern Aber ich sehe gerade Wir müssen einen anderen Weg gehen Weil Alle Wege die wir versuchen zu gehen Wird nicht funktionieren Da sind wir hergekommen Das heißt wir müssen jetzt Stück für Stück die Wege nachgehen Ich glaube keine Ahnung wie das Ding funktioniert Könntet ihr vielleicht noch ein bisschen hilfreicher sein Das ist genau das was ich gerade dachte So gut dann gehen wir nochmal hier runter Mal gucken ob sich jetzt was geöffnet hat Jetzt hat sich das Ding geschlossen Okay also war das schon mal der falsche Lever Aber das ist neulich mein Stift und ein Blatt Papier Und ich glaube den Zombiemann muss ich mal außer Gefecht setzen Der geht mir so richtig auf den Strich gerade So Ich glaube jetzt hätte er nicht zwar los die Dinger drücken sollen Oben links Hat irgendwas geöffnet Das heißt ich mache jetzt erstmal oben links Oh ich muss mal Moment 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 Ich muss mal kurz So So Wir müssen das Licht anmachen Dass ich noch besser sehe Meine alten Augen So Okay Gut Also oben links Mache ich jetzt erstmal Also ein Hebel Zwei Hebel Drei Hebel Vier Fünf Hebel haben wir Dann mache ich jetzt mal ein Fragezeichen Ist auf jeden Fall jetzt oben So Dich werde ich backsteppen Dich werde ich sowas von backsteppen So So Hebel Nummer zwei Hebel Nummer zwei Öffnet Sagen wir mal Main Macht den Main auf Main Weil das ist der Durchgangs Das Durchgangs Gitter So So Ich glaube das Hebel Nummer eins Ist dann Links Linkes Gitter So Okay Habe ich auch aufgeschrieben Wo bin ich denn jetzt gelandet? Vielleicht war das auch schon die Kombination Warte mal Dann Sind die anderen vielleicht nur Dekoration Oh Gott Da liegt einer 10. März Okay die hatten schon mal mit den Zombies zu tun Ach so er hat sich hinter den Tanks okay was ist das eigentlich Was haben wir hier noch? Erik, I don't care if you are afraid of the matron. I have permission from the high priest to use the part of the asylum to get through the zeus. Okay, das ist, äh, die wollten ja raus, auf jeden Fall. Und wie laufen wir hier rein? Okay, wenn ich hier rein springe, komme ich nicht mehr zurück. Naja, was soll's? Wow, 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 wow. Geht da die Fahrt hin? Ein Wasserrad. Ich glaube, wir sind im asylum. Na gut, dann suchen wir mal den Bruder. War da hinten was? Schon wieder diese Frau. Ach, das ist diese Priesterin. Ach, dieses Lachen, das ist doch fröhlich. Blitzbombe. Ist das heiliges Wasser? Sollte es heiliges Wasser sein? Oh. Minen, sehr gut. Wir haben auf jeden Fall schon mal was, womit wir uns wehren können. Falls es hart auf hart kommt. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Warte mal, ich speichere jetzt mal den hier, battle. Lade den hier. Speichere den ab. Und lade jetzt den hier. Dann kann ich nämlich den als Quicksave nehmen. Weil ich nicht weiß, wann ich jetzt nochmal zurückkomme. Und ich muss ja in die Waffenkammer kommen, auf Experte. Na gut, das ist ein Asyl. Ja. Das ist... Hier sollte man eigentlich Schutz finden. Es durften hier keine Fallen geben. Hast du verletzt, der Builder? Trotz der Pferde, der verletzt hat ein verletztes Siem in der Turntube mit Bruder Renald. Und wir sparteten Bruder, die Bruder verletzten die Quälde. Und Renald, dieses Auto habe ich doch mal zurückgebracht. The Witch and Queen. Nein, das ist nicht die Priesterin. Das ist eine Hexe. Eine böse, böse Hexe. Komme ich jetzt hier wieder zurück? Was ist das? Ist das ein Flaumi? Okay. Wow. Wow. Was? Wo bin ich hier? Da muss ja... Das Level... Das ist ja... Hier muss ja ganz schön viel passiert sein. Kann ich hier noch tauchen? Nein, man kann hier sogar noch ein bisschen tauchen. Warte mal. Das ist der Drain? Ist das... Hey, wir sind hier. Okay, dann braucht ihr einen Extrasafe nicht. Das heißt, der Schlüssel muss hier liegen. Da ist er. Das heißt, wir können in das Armory und wir können uns da ein bisschen ausrüsten. Hat er mich gehört? Wir haben auf jeden Fall den Schlüssel. Amoriki. Gar nicht so schwer gewesen. Unser Seilum kommen wir ja sowieso wieder. Jetzt haben wir ja zwei Wege. Ich frage mich aber, was das hier hinten war. Da sind ja noch mehr Minen. Hm. Naja. Was soll's. So, dann schauen wir mal. Damit haben wir schon mal das Erste erledigt. Oh, noch aufmachen die Scheiße hier. Ein Hammer. Na gut, der ist... In manchen Fällen ist der ziemlich gut. Noch ein Hammer. Vierter... März. Vierter Tag vom März. Wie gesagt, ihr könnt das ja gerne alles durchlesen. Ich hab da nur gerade keine Lust. Ich mag... Ich find's gut, wenn manchmal so Bücher da liegen, aber... Zu viel... Zu viel Lesestoff. Nimmt ein bisschen das Gameplay. Das, wenn's jetzt deutsch wäre, ja. Also... Okay, das war jetzt... Ja, gut, das ist eine Waffenkammer, ja. Aber... Was hab ich denn jetzt groß da? Also, ich hab jetzt... Naja, ich hab jetzt fünf Wasserpfeile. Elf Breitkopfpfeile. Immer noch diesen Rope Arrow, immer noch ein neues Maker. Wir haben drei Blitzbomben. Ein Flaumi, ein Heiltrank, die Schlüssel, Dietrich in der Mine und das war's. Mehr haben wir ja auch nicht. Das ist... Ich bin allergisch gegen wenig Ausrüstung. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay. Gut, Amory haben wir erledigt. Das heißt, wir... ...gehen jetzt ins Asylum. Endgültig. Aber laut Karte soll's ja hier noch mehr geben. Big Drop. Das Ding haben wir ja gesehen. Wo wir ja über die Pipe gegangen sind, wa? Power Room. Oder nee, halt hier. Wir sind hier durch diese Gänge gegangen. Das Riesending haben wir woanders gesehen. Office Balcony. Main Hall. Wir müssen auf jeden Fall in die Main Hall kommen. So, mal sehen wir mal, wenn wir an Mr. Zombie einfach so vorbeikommen. Oh, da wollte was von mir. Geh weg. Ich mag keine Untoten. Das ist einfach nur gigantisch. Guckt euch das mal an. Das wäre die Stadt einfach untergegangen. Also wirklich reingefallen in diese Kanalisation. Was ist das da? Ein Fass? Und was wertvolles. So, ist die Hexe noch da? Nein, natürlich nicht. Die Frage ist, kommen wir jetzt hier rüber, ohne zu sterben? Auf jeden Fall hat es unser Freund nicht geschafft. Oh Gott. Warum ist hier überhaupt Lava? Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott. Okay. Wir müssen... Wir sind immer noch nicht im Asylum drinne. Wo sind wir denn jetzt genau? Hier auf jeden Fall nicht. Wir haben keine Seilpfeile. Äh, wir haben kein Holz, wo die Seilpfeile wenden können. Hmm. Was ist hier denn? Das war laut. Warte mal, vielleicht hat der Typ ja was. Zombie-Man? Warte mal kurz. Nee, das nicht. Ein Sprung würde wahrscheinlich nicht klappen. Okay, warte mal. Ja, es funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das geplant ist. Ich weiß es nicht, also ich habe auch keinen anderen Weg gerade gefunden. Aber so wie die Stufen hier aussehen, glaube ich nicht, dass es geplant ist. Ich habe es doch vorhin geschafft. Also da hat sich fast hochgezogen. Warte mal. Ich mache mal ein paar Sprünge. Oh, das war nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass das geplant ist. Glaube ich nicht. So, warte mal. Oh fuck. Das ist einfach mein Kaninchen-Sprung stecken geblieben. So, noch mal. Hopp. Hopp. Oh, irgendwie war das sogar schlimmer, als wenn ich es anders versuche. Hopp. Okay. Einmal versuche ich es nach, aber danach muss ich einen anderen Weg finden. Es muss anscheinend einen anderen Weg geben. Hopp. Okay, es gibt anscheinend nicht, es geht anscheinend nicht. Kann ich hier drauf stehen? Hey. Alles gut. Alles gut. Okay. Also, es gibt einen anderen Weg. Aber wo? Hab ich die Tür zugemacht? Na gut, hier in die Strömung kommen, wende ich an. Okay, also, der Weg hier war wichtig, um an den Waffenschlüssel zu kommen. Also, an den Armory-Scheiße da. Nur mal kurz diese grüne Hexe zu sehen. Okay. Hopp. Na gut, das würde ich auch gar nicht überleben, wenn ich versuchen würde, da durchzukommen. Gut, dann müssen wir nochmal durch die Minen. Es muss also einen anderen Weg geben. Hey, hier war ich noch nicht. Was ist das? Gehre. I heard this gate open by its own power. I made my way back just as it was closing again. Strange. As well, I heard walls at the gate was shutting. Ah, der tut... Ah, der tut... Das Armory ist mir... Oh, warte mal, das Ding ist zu. Du blöde Hexe. Wenn das Ding jetzt zu geht. Hm. Das Tor ist noch offen. Ach, jetzt sind wir hier. Das ist es. Das ist die... Das Asyl. Das ist Asylum. Wieso will die, dass ich da hinkomme? Geh ziemlich tief runter. Ja, das hast du gut erkannt, Gerrit. Aber da haben wir überall Wasser. Wo wir uns langkangeln können. Wir müssen nur einen Weg finden. Da ist eine Leiter. Die kann ich nehmen. Okay. Das ist ein Weg. Denn es sind auch noch... Ach, da haben wir rausgeguckt. Unglaublich. Das sieht so mächtig aus hier. Ich gucke mich mal hier oben. Also das wäre noch... Wobei ich glaube nicht, dass ich mich hier reinquetschen kann. Sonst hätte ich gesagt, sonst hätten wir noch einen Fluchtweg. Wichtig ist immer, die Fluchtwege im Auge zu behalten. Weil wenn wir nachher nicht mehr so rauskommen, wie wir es geplant haben... ... haben wir ein Problem. Oh, scheiße! Okay, wir sind drin. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir wieder rauskommen. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, mach noch mehr Krach. Und so viel Metall. So, wir sind bei meinem Blacksmith. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Brother Cavill. Von Bruder Malus unterschrieben. Die Tür sieht kaputt aus. Oh, Gott. Ah. Ah. Oh. 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 Okay, gehen wir da lang. Wow Das ist genial Wie das hier alles noch irgendwie funktioniert Tja, die Minen haben die Das Asyl anscheinend mit So was versorgt Oh, hier ist auch noch was Silberklumpen Na gut, wenn wir weiter so Sachen sammeln Dann haben wir irgendwann die Schulden auch ohne den Körper Von seinem Bruder Erledigt Ich glaube, der ist wirklich mehr am Herzen von dem ganzen Oh Gott Ventilationssystem Alter Hey, ist das ein Firefile? Verdammt, dass wir hier nicht Steve 2 spielen Dass ich kein Kameraauge habe Das ist ein Firefile Das wäre ideal, um gegen die Untoten anzukommen Wie kommen wir da runter Und dann wieder gleichzeitig wieder hoch Hä, ich komme hier nicht mehr hoch Kann man das zerstören? Ja, das man kann hier zerstören Oh, das gefällt mir gar nicht Wenn man keinen Rückweg hat Geister Geister Meistbrot Das sieht gar nicht aus wie ein Geist Ich bin zu lebendig Oh Gott, ist so laut Aber wir haben ja schön viele Ecken Ein Fahrstuhl Boah, ist er lelend Ich hoffe, der Fahrstuhl funktioniert Na komm So viel Zeug Dabei müssen wir eigentlich nur einen toten Körper finden Äh Einen toten Bruder Na, jetzt läuft er auch noch hier lang Wir werden unsere Waffen natürlich nur dann für die Notflug einsetzen Oh Gott Das war laut Ich habe Spinnen gehört Ich habe Spinnen gehört Du bewachst ein Feuerfall Das ist doch, ich habe was gehört Bin ich eigentlich hier? Was ist das hier? Natürlich gibt es nur den Fahrstuhl Um von A nach B zu kommen Aber cool konstruiert hier das Ganze Das ist sehr detailreich und macht irgendwie trotzdem Sinn Da hat sie gerade was zu fressen gehabt Der letzten Dieb, der es versucht hat, hier lang zu kommen Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Feuerfall Der wird uns auf jeden Fall weiterhelfen Ach du Was willst du denn, hä? Das Ding ist kaputt Wie es in der Nachricht gesagt wurde Es ist nicht kaputt Näm Der Maschinen durch Studium Sure To work For a century Takes For too long To reach Me down In the crawl A�ith Starts Pressing the button And returning To work Unter I heard The platform Reach The button Bruder Forbids Someone have 2 Nights ago awaited half the night for its arrival. Please do what you can so he has to watch the smasher mechanism. Also, er hat gedrückt, aber es passiert nichts. Doch, da kommt was. Oh Gott. Da kommt was. Da funktioniert doch der Fahrstuhl. Ah, dauert noch Ewigkeiten. Macht's gut, ihr Idioten. So, was haben wir denn hier für eine Etage? Foundry? Äh, ich wollte hier rein. Ich hab die zweite angewählt. Observation. Na gut. Hab ich auch einen Schlüssel dafür. Ah, man kann's knacken. Ach, kleiner Tipp, wenn ihr solche Schlösser macht, macht sie nicht so extrem schwer, weil hier ist keine Brennzlichkeit. Ich kann mir alle Zeit der Welt lassen, das Tod zu knacken. Man sollte schwere Schlösser nur da einbauen, wo auch viele Gegner sind. Weil dann macht's am meisten Sinn. Weil dann auch mehr Gefahr droht. Hä, ich kann das... So, okay. Achso, jetzt geht's. Zu nah rangehen geht nicht. Also für eine Ziv 1 Fernmischen ist das ziemlich gut gemacht. Das Ganze hier. Boah, ist das schick gemacht hier. Oh. Das ist zu ruhig. Okay, ich glaub hier war mal was. Jetzt ist da nichts mehr. Okay, wir gehen nochmal zurück. Was steht denn hier? Opposition. Oh, sind wir jetzt auf der Etage? Das ist ein Geist. Sind wir auf der Etage, wo das Feuer ist, wo das Lava ist? Das Lava? Ja, wir sind jetzt hier. Wo wir vorhin runtergefallen sind. Mehrfach. Du brauch hier einen Schlüssel. Nimm sie. Probier時 nicht hey Okay, also hier kommen wir noch nicht weiter. Oh Gott. Hey, du blutest. Hä? Der ist ja Flucht gewesen. Ich habe einen getötet. Okay, es tut mir leid. Verdammt. Die leben ja noch. Also, irgendwie. Hoffentlich muss ich das jetzt nicht bereuen. Oh, schick. Macht ja. Hier geht es noch höher. Was ist das hier? Barracks and Kitchen. Ach, ich weiß jetzt, wo wir sind. Kitchen. Barracks. Wir sind jetzt auf der Etage. Prisoners, we are often loved inside. Da ist der Fahrstuhl. Ach, wir hätten noch hier rausgehen können. Na, gucken wir uns hier mal um. Aha. Und jetzt sind wir hier. Ist das... Ne. Das ist er nicht. Das ist nicht Afrim. Das ist die Küche. Hm, nam, nam, nam. Was gibt es denn hier? Ist denn ein Zombie? Sitzen die da und essen? Oh, der Käse. Nicht den Käse vergessen. Die müssen hier durchgedreht sein. Ich höre einen Hound. Kisten. Okay, ich weiß, ich bin hier gerade ein bisschen ruhig, aber ich bin auch gerade ganz fasziniert über das Ganze hier. Das ist ein Hound. Mit Absicht haben sie diese Metallplatte hier reingelegt. Oh, nein. Diese verdammte Kekse hat das Ding zugemacht. Ich weiß was, ich säuber diese... ...dieses Asyl. Lass mich doch hier nicht veräppeln. Ich habe ja eh schon einen kaputt gemacht, deswegen ist es egal, ob ich noch weitere kaputt mache, oder? Ich werde es aber trotzdem in die Statistik reinsetzen. Warum hängt denn diese Tür so kaputt? Ha. Kapuzki. Hier sieht es aus wie ein Fluchtweg. Ich gucke mich aber erstmal noch in den Kitchen um. Die Toiletten. Ein Moos-Pfeil. Nix. Außer Leuchtepilz. Ein Ring. Wasserpfeil. Boah, das ist super, super ist das. Warte mal. Ich mache mal die Tür zu. Gucke mal. Achso, ich dachte, man kann da irgendwie reingehen. Hat diese Olle-Hexe einfach das Ding zugemacht. Nur damit ich Umwege gehen muss. Oh, dann... Nicht, 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 nicht. Gut. Schauen wir mal, wo mich jetzt mein Weg hin verschlägt. Oh, hi. Oh. Ertrunken, ne? Warum sind die hier ertrunken? Okay, warte mal. Nicht alle konnten schwimmen damals. Das ist ja... Ein richtiges Abenteuer. So. Da habe ich schon ein paar Moos-Pfeile oder Wasserpfeile. Was ist das voran hängen sehen? Hier geht es noch weiter runter. So. Fuck. Okay, nochmal. Ich hole mir auf jeden Fall noch die Pfeile. Wir müssen so gut wie möglich ausgerüstet sein. Ach, fuck. So richtig klappt es nicht, wie ich es will. Aber das Problem ist, man kann es auch nicht richtig springen. An dieser Stelle hier. Warte mal, so hier. So geht's. So geht's. Da ist nämlich auch noch ein Weg. Ich habe was eingesammelt. Das ist, glaube ich, so ein Wasserpfeile. Wir haben auf jeden Fall Moos-Pfeile. Und einen noch weiteren Lärmpfeil. Ach, da hängt noch was. Warte. Na, das ist ein Moos-Pfeil. Drei haben wir jetzt. Okay, da kam ich gar nicht hin. Was ist denn da ganz unten? Ach, cool. Manchmal zahlt sich die Neugier aus. Eigentlich fast immer ein bisschen. Oh, nicht immer öfter. Wie viel haben wir denn jetzt? Wow, wir haben schon 1.500. Ne, warte mal. Doch, 1.575. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte von dem, was wir eigentlich bezahlen müssen. Aber dann habe ich genug Geld, dass ich wirklich nicht mehr den Körper finden muss. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind wieder in dieser komischen Station. Zwei Wege. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Da war noch ein Weg. Was ist das? Ach. Okay, den werde ich backsteppen. Anscheinend kommen wir hier öfters hin. Auf jeden Fall ist jetzt die Küche gesperrt. Anscheinend war es noch nicht so wichtig. Gut, dann müssen wir den Fahrstuhl wieder runterholen. Ätzend. Also langsam kenne ich mich. Oh, der Fahrstuhl ist unten. Irgendwas stimmt hier nicht. Geh, halt. Oh, verdammt. Jetzt bin ich schon wieder in der Etage zurück. Warte. Nein, halt. Zu weit unten wollte ich nicht. Nein, schon wieder nicht hier die Küche. So. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Okay, ich will nämlich mal ins die Foundry gehen. Dankeschön. So, dann gucken wir mal, was die Foundry ist. Gut, und es ist auch knackbar. Irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Oh, nach so einem Zombieman. Der Weg hier ist kaputt. Ja, gut, was könnte hier höchstens sein? Das ist eine Fabrik, ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe zwei Feuerpfeile. Das ist ja Verschwendung bei dem hier. Na, komm. Vielleicht deswegen kriege ich so viele Lärmpfeile, damit ich sowas hier ausweichen kann. Was ist diese Ebel wohl machen? Dann ist ja eine Hound. Eine Hound. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwas hier bestimmt Nützliches herstellen könnte. Oder ich finde hier nur nützliche Sachen. Ich habe keine Ahnung, wo der überhaupt gestorben sein sollte. Aber wahrscheinlich wirklich mehr im Inneren vom Asyl. Ich sage mal nichts dazu. Ach, hier sind wir wieder. Stimmt, hier sind wir reingekommen. Stimmt, und wir müssen ja auch wieder hier raus. Also das ist, denke ich, mal später unser Weg. Fuck, das hat ich hier gekauft. Ja, mach noch mehr, Lärm. Oder war ich hier? Ich kann mich nicht... Doch, warte mal. Wir müssen von hier irgendwo reingekommen sein. Aber ich glaube, da gibt es keinen Weg mehr zurück. Na gut, die Foundry... Ich würde ja gerne da hoch zu den Typen. Hammer, Hammer, Hammer. Das wäre also ein Weg gewesen, den wir hätte gehen können. Gut, dann gehen wir nochmal eine höher. Es wäre ein Weg gewesen. Das ist ein Schacht. Könnten wir eigentlich auch nochmal machen, den Schacht besuchen. Vielleicht kommen wir dann an diesen Feuerpfeil ran, der an dem Ventilatoren-System hängt. Auf jeden Fall müssen wir noch die Barracks durchsuchen. Ach, jetzt sind wir ja wieder hier. Stimmt, wir hätten auch den Fahrstuhl bis hochnehmen können. Egal. So, hier sind die... Barackis. Und da geht es noch höher. Wir können also zwischen Fahrstuhl und Treppenhaus wählen. Ich bin natürlich ein Freund des Treppenhauses. Weil ein Fahrstuhl kann abstürzen. Denkt nur an seinen Tenor. Ach, die Schnalle hat sich einfach den Schalter betätigt. Die Schnalle. Also die Kitschen können wir trotzdem noch ein bisschen treten. So, wo geht es jetzt hier hin? Sind das jetzt die Baracken? Oh oh. Das ist mir ein bisschen zu nah. Das ist ziemlich nah. Oder? Statun-Modus? Ne. Das ist zu nah. Hier vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Müsste auf jeden Fall schon eine Stunde sein. Okay. Okay. Stopp. Rennen. 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 So. Nein, das ist die Great Hall. Wir sind nicht in den Baracken. Matron. Da müssen wir rein. Natürlich müssen wir einen Schlüssel dafür besorgen. Das ist auch noch ein Weg. Das ist ein Zombie in der Mitte. Und ein Hound. Den Hound schalte ich gleich mal aus. Wenn der irgendwie ausgeschaltet ist... ...hab ich weniger zu befürchten. Hier ist der Fahrstuhl. Das ist der Fahrstuhl. Das ist ein Treppenhaus. Es gibt da sogar noch ein Treppenhaus hier oben. Oh Gott. Hat er mich gesehen? Hoffentlich nicht. Oh, hier ist noch was. Ich hoffe, der hat den Körper nicht gefunden. Oh. Ich sag's euch. Backstep ist es. So, was haben wir hier? Eine Fontäne, die nicht mehr funktioniert. Und ein paar Gemälde. So, die steck ich mal weg. Oh Gott. Zombies. Da sieht mich. Oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war eklig. Lass mich los. Auf den Scheiterhofen mit dir. Warum hat ihr überhaupt ein Schwerter? Ihr seid Tamariten. Das macht keinen Sinn. Malwasser. Wow. Genau das war, was ich gesucht habe. So, jetzt esse ich erstmal meinen Käse. Und das hier. Ich hab auch noch den Flaumi. Scheiße, hat es mich doch verletzt, die Scheiße hier. Das ist doch kein einfaches Abenteuer. So, wir sind jetzt auf jeden Fall in der Great Hall. Oh, scheiße. Was ist das? Weihwasser. Eine Weihwasserquelle. Still Zombie. Hä, was macht der denn da oben? Ach, der hat sich erhangen. Wer ist das? Das ist nicht der Bruder von Adolf, oder? Ich weiß nicht mal, wie der aussehen soll. Oh Gott. Okay, der war noch nicht tot. Ich wollte dich losbinden, mein Freund. Warte mal. Ah, ist das die, das ist die grüne Hexe. Und sie hat den Schlüssel. Die ist hier runtergefallen. Die ist auch gestorben. So, welchen Schlüssel hat sie denn gehabt? Das war... Matronki. Das ist die Priesterin, die hier, wovon wir die meisten Angst hatten, von der erwischt zu werden. Die wird nur grüne Hexe genannt, weil sie halt grüne Kleidung trägt. Grüne Kluft. Aber echt gut gestaltet das Ganze hier. So, dann wollen wir mal bei der Matronen vorbeischauen. Ich hoffe nur, sie versaut mir hier nicht alles. So, was haben wir denn? Oh, das ist nur wieder so ein Spruchbuch. Das sieht aus wie ein Geheimgang. Das sieht auch aus wie ein Geheimgang. Warte, gucken. Das können wir testen. Ja, es ist ein Geheimgang. Und das hier... ...ist kein Geheimgang. Alter Schwede. Die hat hier Nekromantie betrieben. Heidenmagie. Also, okay. Also, man kann sich auch hier einschließen. Okay. Ich weiß trotzdem... Ich weiß jetzt trotzdem nicht, ob ich... Warte mal, was habe ich denn... Ja, wir müssen immer Arafim noch finden. Wir haben immer noch ihn nicht gefunden. Ist er der Typ, der da einen Hang hängt? Ha-ha-hang hängt? Oder nicht? Ah, noch Wasserfälle. Oh, wir haben schon 2-1. Also, es ist wirklich... Es fehlt nur noch 900, dann haben wir die Schulden beglichen. Ich weiß es nicht, ob der es ist. Aber, warte mal, wir haben hier noch eine Vordertür, die wir nehmen können. Ach, die ist... Verzeihung. Die ist nur aufgemalt. Natürlich. Warte mal, ich mache mal Schluss mit dem hier. Ich habe noch 5 Weihwasserpfeile. Also, noch genug. Und tschüss. Endlich Ruhe hier vor den Untoten. Da geht es noch weiter. Seht ihr das? Die Treppe ist eingestürzt. Es muss... Da oben. Ich sehe einen Weg. Ich denke mal, es wird natürlich viel spannender werden, wenn ich jetzt hier niemanden zerstören müsste. Aber ich habe, wie gesagt, schon in den Fälern, ich habe schon einen Death gemacht. Ach, wir haben noch mehr Rope Arrows bekommen. Deswegen sind wir da reingegangen. Das werde ich vielleicht... Vielleicht werde ich diese Mission nochmal spielen. Irgendwann mal. So, hier kommen wir wieder zurück. Okay. Ja, es wird lustig, wenn wir den Körper da noch mitnehmen müssten. Okay, was ist das jetzt hier? Basement. Nee. Hammer Foundry. Da waren wir schon drinnen gewesen. Wir waren schon in den Räumen. Das Ventilationsschacht ist das. Ja, Observation Area waren wir auch schon. Bloß in den Gefängnissells waren wir noch nicht in den Zellen. In der Einigung, die Baracken habe ich nicht gefunden. Ja, halt, warte mal. In den Baracken waren wir schon. Hier waren wir. Hier sind wir das erste Mal durchgelatscht. Und hier wollte ich drüber springen, weil er hier tot ist, kaputt, ne? Das heißt, wir waren hier schon. So. Das heißt, wir sind jetzt nur noch hier. Und da? Wo geht das da hin? Das hier sind wir. Wahrscheinlich. So weit ist der gekommen? Top Floor? Ist der so weit gekommen, der Bruder? Ich hoffe, es gibt hier keine Fallen. Oh Gott. Ist das der Hohepriester? Hi. Ich bin Garrett. Nice to meet you. Brother Reynolds. Ist der tot? Er hat sich vergiftet. Er hat sich vergiftet. Brother Norrod. Ach so. Aversa. So heißt die Matronin. Das war eine Matronin. Die uns jetzt hierher geführt hat. Aber warum? Oh, no. Brother of the Hellbeast. Tja, jetzt sind wir schon so weit in das Bienennest. Oder auch Nissen-Nest, wie er sagt. Vorgedrungen. Ich habe mir aber immer noch die Körper nicht gefunden. Ich würde meinen, das ist der Erhangene, weil er mir gar nicht zu dem ganzen anderen passt. Was ist das? Create a red room. Observation key. Ich will da rein. Ich habe den Observation key gekriegt. Also müssen wir nochmal in die Observation area zurück. Und da den Schüssel finden. Das sieht zu groß aus hier. Was brennt da hinten? Achso, das ist das Lagerfeuer. Okay, dann lasse ich das Seil mal hier. Ach, deswegen ist das hier so. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Das heißt, ich mache hier mal meinen Rope Arrow Rake. Rope Arrow Rake. Gucken wir nochmal den Erhangenen an. Wo habe ich gespeichert? Ach, hier war ich. So, was war jetzt hier nochmal? Ach, das war nur Loot. Okay. Und hier kommen wir ja nicht hin. Okay. Okay. Du bist tot. Du kannst mir nichts mehr tun. Du hast dich vergiftet. Er hat gerade auch den Freitod gewählt. Achso, halt. Brauche ich ja nicht. So. Es gab ja eine Tür, die ich nicht öffnen konnte. Aber wenn das nur in die Area führt und wir die Area schon kennen, dann ist das ja auch wie gesagt, für den Arsch. Dann ergibt das ja gar keinen Sinn, weil man kann die Area schon durchqueren und benötigt den Schlüssel nicht. Und wenn man später den Schlüssel bekommt, ist der total useless. Oh, na gut. Das sehen wir ja dann. Kann ich vielleicht das mit einem Pfeil lösen? Oh, guck mal da. Nein, das ist es auch nicht. Warum sind hier so viele Diebe? Und das ist nicht der, den wir suchen. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Okay, versuchen wir mal da rüber. Irgendwie wollte Garrett nicht losspringen. Ich glaube, der hat so viel an Zief 2014 gedacht. Es ist nicht Zief 2014. Hör auf. Du kannst springen. Tja, okay, wir gehen nochmal runter. Und wir könnten dann nochmal mit dem Fahrstuhl ins Observerio-Dingens gehen. Warum ist das hier so kaputt? Ist das geplant, dass ich hier vielleicht hochschießen kann? So. Ich versuch's jetzt mal. Pfeil. Der sieht doch komplett anders aus. Was steht denn da? The light of the builder shall set you free. Nee, da fliegt alles durch. Vielleicht ist das ja auch gar nicht. Ich irre mich hier nur. Das war auch mal Weihwasser hier. Achso, wir müssen ja wieder runter. Wieder raus. Hier sind wir durchgekommen, aber war hier da Eingang? Hier war der Fahrstuhl. Aber wir haben noch ein Treppenhaus. Warte mal. Achso, ich wollte schon sagen, es geht noch höher. Nein, es geht nicht höher. Wir können auch das Treppenhaus nehmen. Ist so still hier. So, hier ist nochmal die Barracks, da. Barracks and Kitchen. Noch eins drunter müsste dann das... Foundry ist ja fast unten gewesen. Observation. Hier hab ich den Typen umgebracht. Und hier war eine verschlossene Tür. Jetzt hoffe ich nur, dass da hinten... Was ist? Sonst ist das alles für den Arsch gewesen. So, gucken wir mal. Hier ist was. Noch mehr Weihwasser. Da ist die Hexe. Das sieht aus wie ein Geheimausgang. Das sind die Zellen. Observations. Neunter März. Mingus. Ren will constantly never sleep. Burnaby. Nelsa. Arafim ist die Acht. Wir haben ihn. Er muss hier irgendwo drin sein. Aber wer ist die Acht? Das ist die Zwölf. Neun. Acht. Das ist aber gar keiner drinne. Spuke nicht so rum. Hey. Könnt ihr mich hier herausruhen? Die sind doch tot. Die können doch mir nichts mehr tun, oder? Tust du mir was? Oh. Okay. Das war die Antwort. Na ja. Manchmal denke ich mal. Es wäre vielleicht was. Ah. Hier war es aber noch ein Heiltrank. So. Was ist das jetzt hier? Damit komme ich wahrscheinlich auch raus. So. Den haue ich mit einem Feuerpfeil nieder. Warte mal. Den kann ich ja auch rauslassen hier. So. Ich habe ihn gefeiert. Ich bin ein Befreier. Dich haue ich nieder. Backsteppen. Ich kann die Türen gar nicht öffnen. Diese Tür kann man nicht öffnen. Aber diese Türen kann man öffnen. Ja. Ich kann den Schalter nicht anwählen. Nein. Was macht der da? Der will den angreifen. Okay. So, schauen wir uns mal um. Der Körper ist nicht mehr hier. Der Zombie hat auch nichts. Tja, der einzige Indiz ist das hier, dieser Weg hier. Der 5. Schauen wir mal. Da! Keine Ahnung wer es war. Auf jeden Fall ist hier ein Schlüssel. Ist das der... Es ist der Schlüssel, den ich suche. Die Pumpe ist kaputt. Oh, ganz viel Moospfeile noch. Wo ich es anfangs noch brauchte, in der Mine, jetzt kriege ich es hinterher geschmissen. Also, er war hier in der Zelle. Der wurde eingesperrt. Ach, deswegen die Kisten. Okay, ich verstehe. Ich verstehe den Wink. Okay, hier können wir dann... Okay, die Kiste reicht alleine nicht. Ich hätte vielleicht die ganzen Einträge mal durchlesen müssen. Da hätte vielleicht dringestanden, dass jemand den Schlüssel geklaut hat. Hey, der ist frei. Warte mal, aber wenn der Zombie gegen den kämpfen möchte, dann... Das ist ein Zombie. Oh, der kann zaubern. Lass mich nicht von dir niedermachen. So, das war's mal mit den Gespuke hier. Cool, da können die Zombies ausschalten. Hätte ich das eher gewusst. So, dann schauen wir mal in das Büchlein. Was steht denn bei Eryphine? Begin the day in the hell to enter the matron and has moved to the Treadment room. Okay, also wir müssen in den Treadment room müssen wir rein. Was auch immer das hier mal ist. Das war früher mal der Weg gewesen, um da runter zu kommen. Gut. Wir spielen auf Experten, nur mal so. So schwer finde ich es jetzt nicht. Ist es vom Schwierigkeitsgrad... Oder habe ich gerade Mega-Ruckeln gerade gehabt? Das war mit Absicht, wa? Ah, liebe Spiele. Das Ruckeln war mit Absicht. Nur damit ich hier hinfliege. So, jetzt nochmal in den Treadment room. Jetzt haben wir den Schlüssel dafür. Und dann können wir endlich den Körper bebergen. Hoffentlich. Laut Karte ist da ja auch nichts mehr. Hier. Das ist ein einzelner Raum. Danach fliehen wir. Und dann haben wir die Mission geschafft. Aber die Mission hat mich bis jetzt überrascht. Also, das ist echt gut gemacht. Halt, wir müssen nach oben. Ist natürlich schwieriger, wenn man jetzt hier zum Beispiel die ganzen Zombies nicht auslöscht. Aber es sind nicht so viele. Wenn ich mal an die Kathedrale, an die zerfallende Kathedrale denke, für die gegebenen Mittel habe ich genug, um alle auszulöschen. Und in der zerfallenden Kathedrale hingegen war es schwierig, alle auszulöschen. Das ist hier verglichen ein bisschen leichter. Aber es ist sehr daran angelehnt, weil wir haben wieder die, ähm, den Old Quarter. Und wir haben eine Kathedrale, eine Art Kathedrale. Es ist ein Asyl, aber es spielt sich wieder wie die Kathedrale. So, jetzt hoffe ich mal, dass der Vergiftete da auch wirklich tot bleibt. Halt. Hier. Achso, ich muss nach unten. Okay, mal sehen, was uns erwartet. Jetzt fahren wir schon wieder nach unten. Die tiefen Abgründe der Hölle, wie es scheint. Oh, Leuchttepilz. Wie tief ist das denn noch? Ah, wir sind da. Du hast mich hierher geführt. Was hast du damit zu schaffen? Natürlich. Sie verpufft. Das ist nicht gut. Ist das dein Ernst? Mortal Kombat oder was? Oh. Oh. Oh, nein. Ich hasse das. Warum muss man mir das immer antun? Jetzt bin ich hier noch so eine Lust City Scheißverschnitt oder sowas. Und muss dann nicht noch mit so einer Hexe prügeln. Warum? Warum? Du bist tot. Du bist ein Geist. Was hat das noch für einen Sinn für dich hier? Willst du irgendwie Ritual durchführen? Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Hä? Ach so. Das war nie passiert. Jetzt sind wir in den Treadroom. Das ist ja mal richtig mega gut gemacht. Das ist echt gut gemacht. Treadment. Treadment. 10. März. Wer hat das geschrieben? Ich komme ihm langsam näher. Das habe ich auch mal so ein Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich alles aufersteht. Oh Gott. Also das ist der finale... Der finale Part hier. Nee, das ist mir zu geriskant. Ich habe noch... Eine Mine. Eine Mine und zwei Feuerpfeile. Nee. Doch. Zwei Feuerpfeile habe ich noch. Tür ist zu. Das ist alles stockduster. Immer noch keine Spur von unseren Arafien. Der muss ja irgendwo hingeschleppt worden sein. Habe ich jetzt die Hexe eigentlich besiegt? Oder ist das nur in unserem Kopf passiert? Hä? Cover the corpse. Ich habe... Ich habe... Ich habe seine Körperteile aufgesammelt. Die haben die Körperteile in eine Truhe gepackt. Okay. Wir haben, was wir wollten. Was ist hier los? Oh mein Gott. Raus hier. Oh mein Gott. Die Hexe. Sie kämpft gegen die Untoten. Raus, 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 raus. Äh. Wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Der Knopf funktioniert nicht. Es gibt keinen anderen Weg. Gut, die sind mit der abgelenkt. Das finde ich gut. Aber ich will hier raus. Muss ich die besiegen jetzt? Ah, ich sehe schon. Ein Kullideckel. Oh oh. Oh oh. Oh oh Gott. Okay, warte mal. Wir haben noch... Wir haben noch Flash Bombs. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt auf sich hat. Anscheinend war die... War sie eine Verritrus. Wie kriege ich das Ding auf? Hat sie es fallen gelassen? Ein Schalter oder ein Schlüssel? Ach ja. Okay, da könnte man mit Schaltern öffnen und schließen. Aber wo ist der Schalter dafür? Dieses Kichern. Hier haben die Leute hier gefoltert. Das kann ich auch nicht mehr schließen hier. Das kann ich aber dafür schließen. Sonst ist ja hier nichts, wa? Ich, ich, äh... Ich ralze gerade nicht, wo ist... Wieso kann ich das nicht öffnen? Das hätte ja nur noch Sinn ergeben, wenn ich das knacken müsste. Weil dann hätte man ein bisschen Druck gehabt, weil hier Gegner waren. Aber ansonsten... Kein Schalter? Ist hier irgendwo versteckt? Nicht mal das Licht ist angegangen. Wo man hätte sagen können... Oh Gott, jetzt bin ich nicht mehr getarnt. Wann mal hier hinter vielleicht? Hier ist das Licht. Hier war nur der Korps drinnen. Ich will dieses Kichern. Hey, du hast den Schlüssel gehabt. Die Wache hatte den Schlüssel. Zivoki. Okay, damit... Das leuchtet ein, okay. Weh... Weh... The Burning Bedlam. A C-Fan Mission. By Phantom. Yay, wir haben es geschafft. To be continuous? Wieso? Oh, oh. Was? Okay, wir haben auf jeden Fall den Körper zu Adolfo zurückgebracht. Aber anscheinend gibt es noch eine Fortsetzung. Okay, das war The Burning Bedlam. Wir haben gerade mal die Hälfte gefunden. Ziemlich viel Action gehabt. War interessant. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber vieles hat mir auch Fragen aufgeworfen. Also echt, echt eine gute Mission gewesen. Also von der Gestaltung war das gut. Von den Triggern. Also die Trigger-Events haben gut gepasst. Was mich dann leider ein bisschen wieder rausgebracht hat, war der Schwierigkeitsgrad. Es war jetzt nicht so extrem schwer. Obwohl es halt wenig Sachen da waren. Ich sag mal, für Experte. Ich hab's jetzt auf Experte gespielt. Fand ich es ein bisschen zu einfach. Also das ist so wirklich nicht gut, wenn man das auf Experte juckt. Man hat jetzt andere Wege gehabt angeblich. Auf Normalwand soll es ja noch leichter sein. Ich find's nicht schlimm, wenn die Mission ein bisschen leichter ist und man nicht lange suchen muss. Das hält den Spielfluss wirklich gerade. Aber für mich war es, wie gesagt, ich kenne andere Missionen, zum Beispiel Heart to Soul oder sowas. Da war die Mission schon ziemlich krass auf Experte. Und das hätte ich mir hier gerne auch gewünscht. Aber das mit den 2P Continued, echt cool. Die macht alles. Wie gesagt, ich würde es dir volle Punktzahl geben. Aber wie gesagt, durch den Schwierigkeitsgrad ziehe ich einen halben ab. Deswegen nur... äh... 4,5. 4,5 von 5 lachende Hexen. Ja, das war The Burning Bedlam. Ich verabschiede mich von dieser Fanmission. Wir sehen uns in einer anderen Fanmission wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.